Ja, Mr. Jumperman kann auch alles, aber ich fühl mich, ich brauch mein Schneckas-Eis. Okay, Mr. Jumperman, ich geb dir Schneckas-Eis. Oh, danke, Danny! Was geht, Leute? Danny Justin hier. Willkommen zu einem neuen Video zu Happy Wheels. Heute beginnen wir mit dem Level Matrix Save Santa und um ganz ehrlich zu sein, mich nerven diese Level extrem. Ja, ich hab Santa definitiv gesaved, indem ich einen Stock in den Arsch, ich mein, ins Gesicht geschoben habe oder mich selber umgebracht habe. Das ist, ich glaube, gar nicht wert. Bart. Ja, genau, stirb, du alter Fettsack. Ne, mal ehrlich, diese Level hier, die sind richtig, ich verstehe nicht, wieso die immer so weit oben sind. Oh, ich hab ihn gesaved, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, er ist gestorben. Oh, du blöder Mann mit Bart. Meine Güte, vor allem, dieser Pfeil geht in seinen Penis. Schon wieder! Ach, ich warte, ihm gefällt das. Ja, ihm gefällt das definitiv. Oh, jetzt in seine Brust, okay, dann stirbt er definitiv. Oh, nice! Yeah, jetzt haben wir ihn zu 100% gerettet, definitiv. Ja, hatte zwar nicht verdient, aber was soll's. Ist halt das erste Level jetzt hier. Und, äh, mach Hater Throne. Ach, dieses kleine Spielchen, ich denke, das sollten wir alle kennen. Okay, Opa, du musst zuerst sterben. Und du kleines, nerviges Kind. Das ist meine Hater. Hahaha. 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 Nein! Das kann nicht wahr sein. Fuck you, ma'am. Fuck you, ma'am. Fuck you, ma'am. Meine Güte, wie kannst du es wagen zu überleben? Voll, was zum Teufel hat der Typ da gesucht? Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen oder nicht? Ich muss sowieso neu starten. Schaut euch das mal an. Achtet mal ein bisschen drauf. Das wird, guck mal, was macht der da? Wieso fliegt der da lang? Wieso fliegt der da lang? Hahaha. So, jetzt nur noch du. Meilig, diese Schlappe, ne? Ist unglaublich. Die überlebt's einfach die ganze Zeit. Oh shit. Ich werde mich jetzt... Nein! Oh, nice, endlich. Oh man. Das kann nicht wahr sein jetzt gerade. Ich bin ein bisschen bezweifelt. Nice, Double Kill. Der Typ, der... Ich mach's so. Moment mal. Ja! Beste Taktik ever. Das ist die Danny-Taktik. Oh! Ja, dieser Typ, der da rumgeflogen ist, der hat mich ein bisschen verwirrt. Sonst würde das natürlich alles viel schneller klappen. Banana Peel. Oh yeah, Baby. Mal sehen, was es hier geht. Oh, wir sind an meiner Stadt. Wir sind an Hannover. Oh, mein Auto. Oder auch nicht. Oh, what the fuck? Dad, stopp! Nein, Mann! Kindergeld nicht da. Sohns Meinung nicht da. Ganz einfach. What the fuck? Wieso geht's nicht? Pick it up before someone hurts themselves. Oh, mein Sohn. Es tut mir leid. Verdammt. Mein Kindergeld ist gestrichen. Oh nein! What the fuck? Wo bin ich hier? Ich lebe noch. Moment. Na, ich lebe nicht mehr. Okay. Was ist das für ein Level? Ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall sehen wir da hinten einen Ferrari oder so. Ja, ja, mein Sohn. Du nimmst Drogen. Das wissen wir alle. What? A banana peel. Pick it up before someone hurts themselves. Alright, alright. Shut up. Oh, es ist weg. Und jetzt? Jetzt sind wir irgendwo anders in so einer Art Labor oder so. Sehr schön und toll und einzigartig. Ja, 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 ja. So, ich fahre einfach mal weiter. Mal sehen, was uns erwartet. Holy fuck. Versuchsobjekte. Okay. Ähm. Oh, eine Straße. What the? Aber ich finde es cool designed. Ich muss sagen, ich finde es echt cool designed. Auch wenn es so ein bisschen langweilig ist. Aber wie gesagt, cool designed ist cool designed. Sieht aus wie ein Zombie oder so. Sieht aus wie so eine verlassene Gegend. Oh, wow. Und ja, hier ist ein Pärchen. Nette Wohnung auf jeden Fall. Oh, ein Fahrstuhl. Cool. Ich muss sagen, dieses Level ist echt cool gemacht. Aber ist jetzt so ein bisschen langweilig, wie gesagt. Aber ansonsten ganz cool gemacht. Komme ich vielleicht auch noch weiter höher oder wird das nichts mehr? Hallo? Hallo? Bin ich jetzt stuck oder was? Meine Güte. Ich will nicht mit meinem Sohn hier gefangen sein. Bitte Hilfe. Ja. Genau nimm das, du Arschloch. Nein, nicht mich. Mein Sohn. Oh. Die Tür geht auf. Ist es gut? Scheint gut zu sein. Ich kann mich noch verwegen, aber... Shit. Oh, das war mein Sohn, glaube ich. Nicht so schlimm. Oh, nice. Es geht hoch. Ich habe mein Rad da oben gesehen. Man, bitte. Jetzt geh doch diese Scheiße hier hoch. Meine Güte. Was ist dann so schwer? Alter. Pisst mich das gerade an. Wie soll ich denn höher kommen? Was muss ich denn... Was erwartet das Spiel von mir? Muss ich vielleicht warten? Nein, muss ich nicht. Ah! Noch ein letzter Versuch. Ah, so ein langweiliges Level. Aber cool designt. Dad, stopp! What? Was? Ich habe ein Mensch, Peel. Schau es ab, bevor jemand sich verletzt. Dammit. Alright, alright. Shut up. Mein Englisch ist das beste ever Englisch in der Welt. So, bitte. Bitte, lasst mich euch eine Lesung, wie man Englisch richtig lernen kann. Ja, genau. Ich bin auf jeden Fall ein sehr guter Englisch-Sprecher. Oh, was stand da? Ein Moment. Kann ich das nochmal lesen? Hello, young man. Do you realize what you've done? Come to the tree with the yellow bee. I'm there. Uh, ich glaube, er meint mich. Ja, wenn das Problem mit dem Fahrstuhl weg ist, dann komme ich gerne. Aber solange das bestehen bleibt, kann ich leider nichts machen. Übrigens, ich denke, das Pärchen ist obdachlos. Das ist das, was ich sagen wollte. Jetzt. Jetzt warten wir einfach ganz in Ruhe. Und wehe, dieser scheiß Lift. Jetzt. Was? Jetzt geht's. Wir haben's geschafft. Wir begeben uns auf zum Arbeitsamt. Wir wollen das Kindergeld abholen, deswegen freuen wir uns so. So, äh. Nein, jetzt scheitert es an sowas. Äh. Oh, bei Muskeltraining, wie toll. Huiiii. Ich liebe Stoffliegen. Ja, ja, ja. Wir werden in der Wohnung eingebrochen. Passieren wir auch immer. Da denken sich meine Meinachbarn, what the fuck? Hat er wieder die Wiener vertauscht? Oh, wir sind da. Ah. Guten Tag. Ah, where you are. I've been waiting for you. Ah. I don't have time to explain. Ah. I teleport you back in time. Ah. And don't touch the stand bear. Okay, wir müssen uns hierhin stellen. Oh, der Typ da chillt. Oh, holy fuck, hat mich weg teleportiert. Was ist das für ein Level? Äh. Wo bin ich jetzt? Oh, what are you? Damn. Ah. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Oh, man. Das hat nervt mich. Ich will sehen, was da steht. Das ist so witzig. Wir sind jetzt im. In der weiten Vergangenheit. Und jetzt. Oh. Oh. Noch weiter in der Vergangenheit. Holy fuck. Cooles Level auf jeden Fall. Sehr cooles Level. Zum Glück habe ich es weiter gespielt. Dinosaurier. Hahaha. Hahaha. Wie geil ist das denn? Oh, wir sind wieder in unserer Zeit. Was? Moment mal. Eh, stopp. Ah. No, shut the fuck up. Yay. Cool. Cool. Cooles Level auf jeden Fall. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Ziemlich cooles Level. Hat echt eigentlich. Also ich würde echt gerne 5 Sternen bewerten. Aber ich finde es wurde zu wenig gespielt. Obwohl es geht eigentlich. Oh, verdammt. Äh, so. Äh, Rope Soccer. Mal sehen. Ach, dieses Ding. Jaja, okay. Festhalten. Ja, das kennen wir alle. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Oh. Was macht er da hinten? Hahaha. Was macht er da hinten? Ganz rechts. Das sieht alles so falsch aus. Vor allem gut, dass das Kind nicht hinguckt. Sonst wäre das weniger Kindergeld für uns. Hey. Komm schon, geh rein, Mann. Ja. Hahaha. Hahaha. Go Pogo Stick, man. What the fuck. Meine Güte. Wo bin ich hier gelandet? Hahaha. Hahaha. Matrix with Machetes. Mama Mia. Mechetes. Mechetes. Tehetes. Ohlala. Oh, Mama Mia. Aquandoria. Oh, wir haben gewonnen. Oh, Mama Mia. Pico Bella. Bistace. I'm so happy. Yeah, yeah, yeah. You're the Boss. Version 2. Holy fuck. Oh. Ein, ein Kampf. Ein Streit. Das müssen wir überleben mit unseren alten Knochen. Oh, der ist gestorben. Einzigartiges Level. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Nö, nö, nö. Pogo Madness. Da bin ich mal gespannt. Mr. Jumper Man, zeigt euch allen, wie das hier funktioniert. Pogger, Mr. Pogger. Oh, yeah, baby. That's right. Ein Pogodancing. 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 Pogopoga. Pokeball dancing. Oh, yeah. Diese Level sind einzigartig toll. Nö, 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 nö. Ja, ja, ja. Pogger. Das finde ich toll. Ja, diese Level sind nur so ein bisschen oft vorhanden hier in Happy Wheels. Aber ist ja nicht schlimm. Macht hier immer wieder Spaß. Oh, da gibt es sogar ein Level 2. Hui. Au, mein Kopf. Ich wundere, dass ich mir da nicht mein Genick gebrochen habe. Frontwert Salto. Das nenne ich mal Skill, meine Damen und Herren. Oh, yeah, baby. Auf Gas, man. Hui. Mr. Jumper Man, zeigt euch allen, wie das geht, man. Die Frauen und die Ladies stehen auf mich. Ja, definitiv. Jetzt macht einen scheiß Job, man. Level 2. Oh, jetzt bin ich gespannt. Die Spannung steigt. Frauenfährt Salto. Das macht so Mr. Dump. Nein, so funktioniert das. Hui. Oh, das ist Level 2. Ich sehe ich schon. Okay. Haltet euch fest, meine Freunde. Hui. Bist du fliegen? D oder da? Ja, ja. Haha. Sehr schöne Reihe, die ich dann in den Tag bringe. Auf jeden Fall. Oh. 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 Oh, shit. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist so hoch. Einen Moment. Ja. Ja. Oh, es ist möglich, aber es ist bestimmt richtig schwer. Na los, meine Güte. Mr. Jumper Man. Ich dachte, du kannst alles, man. Ja, Mr. Jumper Man kann auch alles, aber ich brauche mein Stickerseis. Okay, Mr. Jumper Man. Ich geb dir die Stickerseis. Oh, danke, Danny. Hahaha. Ja, Level 3. Hin oder her. Mr. Jumper Man macht den ganzen Vorwärts-Saltos. Das ist das, was Mr. Jumper Man am liebsten macht. Ja, ja. Hin oder her. Hahaha. Okay, Mr. Jumper Man. Wir wissen Bescheid, dass du Drogen nimmst. Oh, Mr. Jumper Man. Er kann das. Er weiß, wie es funktioniert. Hahaha. Okay, das wird immer schwer anscheinend. Wir schlängeln uns jetzt einfach mal hier durch. Ja, ah. Mr. Jumper Man weiß, wie das geht. Er hat lange geübt. Er hat lange geübt. Auch wenn es ein bisschen anstrengend ist. Aber ich bin mir sicher, dass er es schafft. Ah. Stop hacking. Komm schon, Mr. Jumper Man. Danny, ich brauche Stickerseis. Hier hast du dein Stickerseis. Oh, danke. Oh. Ah. Danny, ich brauche mehr. Ich habe aber alles gegessen, man. Ich habe nicht mehr. Oh, man. Jetzt. Wie soll ich hier durchkommen? Komm schon. Ah. Dieser. Ah. Anstrengend. Ernsthaft. Kann ich vielleicht. Ah. Okay. Ganz langsam. Uh. So klappt das. Oh, mein Arsch. Oh, ja. Geil. Meine Arschbacken. Uh. Nice. Wir haben es geschafft. Unglaublich. Und jetzt. Ja. Ab zum Ziel. Yay. Ich liebe diesen Erfolgssound. Ich fühle mich dann immer besonders. Einmal in meinem Leben. Ja. Ja. Fühle ich mich besonders. Besonders. Ja. So. Rate 5. Wenn ich das da hinten treffe. Death. Fuck. Diese Level sind auch einzigartig toll. Da kann man immer Bälle werfen. Hui. Ich liebe Bälle werfen. TV. Oh. Ein Fernseher. Nein. Aha. Ich muss das lernen. Das war geplant. Das war geplant. 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 Da geht es kein Pup. Haha. Alles klar. Win. Wir haben doch gewonnen. Yay. Hui. Was ist dieser grüne Knopf dort? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch leider nicht sagen. Jetpack Pro. Einer meiner Lieblingslevel. Hui. Ganz langsam. Aber sicher. Lalalala. Lala. 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 Ich bin ein einzigartiges Naturtalent glaube ich bei diesen Leveln. Matrix. Oh yeah. Jetzt bin ich gespannt. Ach schon wieder dieses Level. Ist das nicht dasselbe Level wie davor? Oh. Yay. Ja. War aber ziemlich einfach. Vor allem die kam irgendwie ein bisschen verspätet an. Ich dachte schon das wäre ein scheiß Level. Und das ist es auch. So ist es. Retro Mario Quiz. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. What the fuck ist das? Retro Mario Quiz. Oh ja. Also ich bin nicht so gut in Retro Sachen. Aber. Ich bin gut im runterfallen. Definitiv. Nein. Mal ehrlich. Was muss ich denn hier tun? Einfach weiterfahren wahrscheinlich. So. Retro Mario. Ja. Das ist Retro. Mario ist definitiv Retro. So. Äh. Was passiert da? Okay. Das war ein grüner Mario. What power does Luigi have? Wie? What power does Luigi have? Also was für eine Power hat Luigi? Äh. Ich sehe es nicht. Aber ich würde sagen das hier. Hoffe ich. Nein. Was? Ich glaube ich habe ihn kaputt gemacht. Deswegen habe ich ihn dann nicht mehr gesehen. Nein. Ich muss nochmal Luigi sehen. Diesmal muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Keine Ahnung wieso er kaputt geht. Nein. Aufpassen. So. Ah. Ja. Okay. War das nicht eine Eisblume? Ich habe keine Ahnung. Da war es eine Feuerblume. Okay. Äh. Hallo. Kann ich hier durch vielleicht? Hallo. Luigi. Meine Güte. Was machst du da an meinem Körper? Ich glaube ich habe seinen Penis in der Hand. Glaube ich. War auf jeden Fall sehr erregend gerade. So. Ich spring mal hier drauf. Oh. Und es war richtig. Ich wusste es. Jaja. Oh. Die kenne ich gar nicht. Which is the one up? Äh. Das ist ein großer Pilz. Das hier ist ein one up. Aber es sind ja auch im Moment bis jetzt nicht schwere Fragen. Ja gut. Ich sollte immer lieber die Schnauze halten. Weil ich am Anfang auch verkackt habe. Oh mein. Nein. Uh. Wäre ich jetzt daran gestorben? Komm schon. Wie unnötig wäre das denn? Be ready. To go. Ich bin immer bereit Baby. Ob du es glaubst oder nicht. Meine Güte. Das dauert das lange. Go. Ja. Oh. Achso. Okay. Ich verstehe. Who has been displayed? Displayed? Was? Ich habe keine Ahnung. Ich würde aber sagen das hier. Weil das Displayed heißt irgendwie irgendwas schlechtes. Oh. Ja. Ja genau. So was ist das? Wanna see next? Jump over. Who do you wanna see next? Auf jeden Fall Glomander. Ich glaube das linke soll Kirby darstellen. Nicht genau sicher. Aber ich glaube schon. Glomander bitte. Mal immer mir. Glomander hin und her. Ja ja. Oh. Holy fuck. Was ist das? Was? Äh. Okay. Thanks for playing. Ja. Ein ganz cooles Level. Aber ein bisschen zu wenig Fragen. Also mehr Fragen hätte ich mir schon gewünscht. Leider zu wenig. Äh. Sword Throw Funny. Ach. Dieses Spielchen wieder. Ja. Oh. Double Kill. Mamma mia. Ich kann das gar nicht mehr glauben was hier passiert. Ich finde das Level ganz. Also ich mag diese Level ja ne. Aber ich finde hier zum Beispiel hat man zu viel Schwerter zur Auswahl. Irgendwie finde ich. Weil es gibt gar nicht so viele Leute. Und mit einem Schwer töten wir manchmal sogar zwei. Also ein bisschen weniger Chancen hätte ich mir schon. Das ist schon nicht schlecht. Und wir haben es geschafft. Ihr seht das ist ziemlich einfach. Und damit beende ich diese Folge Happy Wheels. Vielen Dank wirst du deine Schaum bewerten mit einem Daumen nach oben. Wär es schön. Und abonniere jetzt meinen Kanal um nie wieder Videos zu verpassen. Und bis zum nächsten Happy Wheels Video.